Kacke Schon wieder 1000 EP und 300 äh Ey Leute und jetzt rennt ihr einfach weg, was geht denn bei euch? Ja ok, ich komm ja wieder Nein! Wir müssen uns ja zu zweit schaffen Ok, dann rennen wir ja Freu dich Wir sind übelst eingekrackert Ich bin immer hier Ich hab keine Munition mehr Aber wir müssen uns hier verschanzen Scheiße, die Wecken jetzt zum Ratschen Oh, ich bin dauernd, ich bin dauernd Nice! Alle tot Yo! Oh! 1.100 Mann Warum sagt er nicht mehr? 1.100 EP 2 Sprecher 2.100 2.100 1.100 1.100 2.100 1.100 1.5 Ich lehre mich ihrer Position! Wir sind... Wir sind 3 Spieler. 0101, nicht respawnen. Da sind 4 Spieler. Ist mir egal, ich will nur in Turkey. Der Rest ist dir scheißegal. Ist mir egal, Rage. Oder 5 Spieler, glaub ich. Ich hau doch direkt ne Haftgranate, wenn der da hinläuft. Direkt Haftgranate, alle 4 Haftgranate auf dem Boden und direkt sprengen. Wenn der hinläuft. Stickman, bei dir ist es nämlich da, ne? Oh, ja. Aber nicht nachdem sie ihre Sachen abgeliefert haben. Denn die möchte ich ja abliefern. Beginnen Objektabholung. Der kommt nicht bis dahin. 15 Sekunden. Ich will ja nicht schlau so machen. Ein Ding ihres Teams hat sich aus der Division Bindung gelöst. Ihr Team ist jetzt als Amt trünnig gekennzeichnet. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 5 Sekunden. 6 Sekunden.. 3 Sekunden. St Umfangen. 4 Sekunden. Jetzt krieg's auch einmal. Pass auf wie ohne jemand legends ultimate rumrennt. 10 Loot kriegt der nicht, der Spacko. Scan kommt. Runter mit dir. Habt ihr den? Yeah, sehr geil. Direkt Menschenjagd 5. Nice. So, jetzt abhauen. Die kommt wieder hier hin, deswegen abhauen. Abhauen. Ich hab keinen einzigen Loot bekommen, ne? Ich auch nicht. Wir müssen sagen, wir gehen da fest. Auf, Jungs. Als Ablenkung. Alles in Ablenkung. Alter Taktik-Fuchs hier. Die sehen uns doch trotzdem, oder nicht? Auf der Karte. Ja, und? Da ist irgendjemand. Hier unten ist die Tiefgarage. Menschen lassen. Solltet nicht so weit auseinander gehen. Die sind unter uns, ne? Bestimmt. Also, wir werden von überall geblieben. Also könnten die auch von irgendwelche Leute von vorne, von rechts, von links kommen. Ja, man muss halt öfter eigentlich den Weg ändern, ne? Deswegen gehen wir jetzt gleich mal irgendwo rein. Nee, gehen einfach da oben aufs Dach, wo, äh, die andere abholtunnel. Meinst du, die lassen uns dann irgendwann in Ruhe? Ja, vielleicht. Wenn die sehen, dass wir alle meucheln. Na, gestern wurden wir vom Spiel getötet, dass wir zu lange gecampt haben irgendwie. Ja. Also anderthalb Minuten haben wir schon. Naja. Ich bin guter Rekord. Wir können doch einfach hier warten. Hier kann man nämlich nach oben. Ja, und wenn Spieler kommen ran, werden wir einfach weiter. Komm weiter. Da vorne sind zwei Spieler. Ja, zurück raus. Ja, 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 ja. Theoretisch alle Granaten in die Hand oder erstmal wegrennen, aber, äh. Ist auch nicht so gut. Keine Idee. Okay. Wir sehen uns dann nachher wieder. So ein auf dem. Einfach laufen die ganze Zeit. Die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Immer andere Wege nehmen. Das wäre jetzt mega stumpf. Aber ich würde das noch einmal schaffen. Mach mal hier, äh. Abholung. Mal. Aber dann müssen wir noch noch mal fragen. Hier sind ja auch. Das war der Luft welcher der almighty. Aber ich habe genauso viele. Ich habe doch schon gefremd. Ja. Heute führe ich schön hier. Jetzt noch mal wieder. Wir können uns abschalten, aber wiederyun-dass. Ich habe das nicht. die hand wo ich glaube dass von mpc schüsse da vorne sind spieler so langsam werden wir können die links rein ja okay dann kommen die auch hierher mich wird geschossen da ist ein abtrünniger der rechts sind einige rote die können wir schieben oder trotzdem nicht dann bleiben wir stehen stecken bleib mal langsamer ja ihr seid ja sehr weit zurückgeblieben muss auch noch schneller werden umdrehen umdrehen und hier links rein wenn das was bringt also ich bleib nicht mehr stehen um auf euch zu warten wir verlassen jetzt das kontaminierte links war ein spieler äh rechts war ein spieler und mit dieser rase kommen wir hier rein ja ne scannen jungs hilfe was los hilfe auf mich wird geschossen ok komm das gleich geschafft sauber ich hab noch 30 noch 20 noch 20 nirg mal den drachen auf uns nein der warte fliegt jachs 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 komm wir decken euch jungs ich hab's geschafft jetzt stellen wir uns hier aus provokation gleich hin und machen alle jumping jack und dann schießen die trotzdem auf uns 724 und dann haben wir wieder direkt an ich sicher mit dass mein geld ich geht zurück zum händler und verkaufen das mal was wir sind schon wieder alle wir sind gar nicht vielleicht weil ich weiter weg bin warum hast du es gemacht manu er kriegt nicht genug davon muss er mit Kraft sein Achtung sie gehen aus der Dark Zone nun wieder auffüllen das war jetzt keineswegs taktisches vorgehen aber egal ja wir sind jetzt schon zweimal ich bin schon wieder stufe 2 manu auch zum blut bin ich hier gerade drin ich kauf mir nämlich gerade schöne Sachen wir sind hier fertig es ging genau auf ich habe noch zwei zwei dollar mark punkte was weiß ich auch was weiß ich was hier übrig sehr gut ja 167 bei dem ersten ja das Auto ist richtig schreien feier ab da vorne sind gute die sind aber fast fast am Ende recht auf manu ja sind vier hinter euch meine Zeit ist begrenzt ja einer der flüchtet ey bleib mal stehen hier ist ein äh markierter hm ruht ihn euch doch Leute du meintest wir sollen stehen bleiben ja nein wir waren näher an denen dran ja aber warum habt ihr nicht geschossen ja wir wollten erstmal nahe herankommen ja ja Papi der ist da noch nicht vorbei gerannt Leute äh ich hab das viel leck bei dir äh ich hab das viel leck bei dir weil bei uns war ja bei mir war ja schon vorbei ja ja bei uns waren die weit vorne jetzt ist ja wieder so gefangen soo hey wenn sie das nicht mitnehmen sind sie tot ah ha und sind da alles schon wieder rang 5 jetzt können wir wieder 5 Minuten rumrennen hehehe toll ich habe das zeug das ihnen das leben rettet hat einer gescannt? ich? ich bin aber nicht da naaa soo ich denke mal nach der erfolgreichen Aktion jetzt mache ich auch mal mein Outro ähm ja danke an die ganzen Zuschauer äh dass ihr zu zahlreiche Schienen seid nicht? ähm danke an die drei Jungs äh Stigmafreak, Mano und äh Sinna war cool mit euch wir spielen natürlich noch weiter der Stream wird jetzt aber beendet gerne äh denkt dran äh mich zu abonnieren oder uns äh Nenex TV auf YouTube und Facebook da seht ihr reichlich weitere Videos von meinen Jungs und mir und ähm somit sage ich bis zum nächsten Mal Haut rein! Amen 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 Amen